Meine lieben Zuschauer, eure Zeit ist mir weder billig noch recht, sondern mir sehr wertvoll und total wichtig. Deswegen, ihr müsst gar nicht zu Ende gucken. Beide Dip bei Apple und Google jetzt, ich, ne. Ehrlicherweise bin ich kurzfristig Apple Short, aber langfristig Apple Privat-Log. Und Google mit der Firma und Privat auch Log. Beide Dip jetzt im Moment, jetzt in diesem Augenblick, nein. Aber wann? Könnte durchaus interessant werden. Denn während der Nasdaq auf der einen Seite ein neues Allzeithoch am Donnerstag gemacht hat, haben Google und Apple schon mittlerweile 10% abgegeben. Und jetzt sprechen wir miteinander darüber, warum haben sie das gemacht? Und könnte es irgendwann interessant werden, demnächst wieder Apple und Google zu kaufen? Wenn ja, wann? Und wenn ja, warum? Und damit herzlich willkommen. Wenn ihr noch nicht abgeschaltet habt, dann scheint ihr es wirklich wissen zu wollen. Und dann würde ich mich auch total freuen, wenn ihr mit einem Däumchen mir persönlich ein Träumchen ermöglichen würdet. Hätte die absolute Ehre. Vielleicht vorweg am Donnerstag. Da kamen die PCI-Daten. Und wir haben, Verzeihung, die PCI-Daten. Also Feds Lieblingsinflationsparameter. Und beim PCI-Lieblingsparameter gibt es nochmal den Mega-Lieblingsparameter, nämlich Supercore. Also Inflation ohne Essen, ohne Energie und ohne Häusermarkt. Jemand hat den Supercore Inflation ohne Inflation genannt. Fand ich ganz witzig, Entschuldigung. Also, PCE, Supercore, Allzeithoch. Guckt euch das mal an. So hoch war das im Juni 2021. Und was macht der Markt? Neues Allzeithoch. Und was ist eigentlich mit der Erwartung der Zinssenkung durch die FED? Die war nämlich im Januar noch bei sieben Zinssenkungen. Mittlerweile noch drei Zinssenkungen. Inflation Supercore schießt nach oben. Aktien schießen nach oben. Die Erwartung für die Zinssenkung schießen nach unten. Ja, sind sie denn alle jetzt verrückt geworden? Nein. Es ist nur ein bisschen spannend. Denn historisch gesehen ist es so, dass die Januar-Zahlen überschießen. Selbst FED-Mitglieder sagen jetzt, wir haben uns angewöhnt, uns die Januar-Zahlen nicht anzuschauen. Das heißt, im Grunde genommen könnten wir auch auf die Januar-Zahlen verzichten. Alle sagen, ist nicht wahr, glauben wir nicht. Und umso wichtiger wird es dann auch sein, dass es im Februar nicht wieder 0,4% Kerninflation und Supercore auf absolutem Allzeithoch gibt. Und deswegen ist es so, obwohl die Erwartung für die Zinssenkungen weniger werden. Es ist so, dass die Finanzkonditionen immer lockerer werden. Genau genommen sind sie auch wieder so locker, wie wir sie im Juni 2021 hatten. Ich würde euch jetzt total gerne sagen wollen, das findet die FED super. Oder ich würde euch gerne sagen wollen, oh, das findet die FED ganz blöd. Die wird der Zwischengerätchen. Ich würde gerne erklären, warum ich das nicht weiß. Und was die Gedankenspiele sind. Das eine ist, die FED könnte das sogar total gut finden, weil auf der einen Seite QT, Quantitative Tightening, also Geld wird aus dem System rausgenommen. Wenn Anleihen rauslaufen, dann wird nur ein Teil des Geldes reinvestiert. Der Rest des Geldes wird einfach Fujikato Verschwundibus gemacht. Habe ich gut erklärt, oder? Fujikato Verschwundibus. Man könnte fast meinen, ich wäre zur Schule gegangen. Durch QT und durch die hohen Zinsen kommt es ja zu einer Bremswirkung für die Wirtschaft. Wenn aber auf der anderen Seite die Finanzkonditionen locker sind und Menschen weiterhin gerne Geld ausgeben, Aktien steigen, dann kann die FED nämlich dieses Goldilocks Szenario weiter verfolgen. Was im Übrigen, ich habe es schon mal erklärt, das ist eigentlich ein Kinderbuch in den USA. Ich glaube, da kommt ein Mensch oder ein Bär im Wald in ein Haus von Menschen, ich weiß nicht mehr, und findet irgendwie den, ich weiß nicht, einen Kamm oder den Stuhl vom Papa-Bär und der ist zu groß. Und von Baby-Bär ist es viel zu klein und von Mama-Bär passt es genau. Also genau so die Mitte, dass es passt. Daher kommt eigentlich der Begriff Goldilocks. Und das könnte gegebenenfalls die FED gut finden. Es sei denn, die hohen Inflationszahlen wiederholen sich. Der Grund, warum Aktien weiter steigen, ist nicht nur meiner Meinung nach, dass viele sagen, den Inflationsdaten glauben wir nicht. Es ist eher so, dass der Wirtschaftsausblick sich aufhält. Jetzt habe ich, ich bin jetzt mal kurz in eigener Sache unterwegs, jetzt habe ich Ende des Jahres schon gesagt, Leute, ich lag mit meiner Prognose mit einer Rezession falsch und damit, dass der S&P 500 eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit hat, in Richtung 3-2 zu gehen, Überschrift gemerkt, ich lag falsch und so weiter und so fort. Einige unserer Zuschauer möchten mich aber trotzdem gerne daran erinnern, dass ich letztes Jahr falsch lag und hätten mich gerne so in der Schämlich-Ecke so, letztes Jahr lagst du falsch. Also ihr könnt total gerne nochmal reinschreiben, ach doch, keine Rezession und so weiter. Ja, ich habe aufgrund der Wirtschaftsdaten an eine Rezession geglaubt, die ist nicht gekommen, ich lag falsch. Also, Punkt. Gut, so, habe ich einen Fehler gemacht. Finde ich nicht so schlimm, ehrlich gesagt. So, jetzt, die Wirtschaftsdaten, habe ich euch letzte Woche schon gezeigt, die zeigen eine Auffällung der Wirtschaft. Deswegen habe ich gesagt, anstatt nur auf den S&P 500 zu setzen, der schon ziemlich teuer ist, könnte man auf Zykliker setzen, die noch hinterher hinken. Ich lasse den nochmal raus. Haben trotzdem unsere Zuschauer geschrieben, nach 40% S&P 500 kaufen, du bist von der Gans stellen sollte. Bitte guckt euch das Video an. In Ordnung. Was die Wirtschaftsdaten angeht. Im Januar haben von den Ökonomen, die Bloomberg befragt, war die Erwartung des BIP-Wachstums bei 1,5%. Jetzt wird schon im Februar 2,1% erwartet. Oder die privaten Investitionen auch angestiegen. Auch die Erwartung für die Ausgaben der Konsumenten ist nach oben geschraubt worden. Auch die Ausgaben der Regierung Biden, was durchaus mit der starken Wirtschaft der USA zu tun hat. Natürlich gehen die Analysten davon aus, dass die Wirtschaft weniger stark wächst. Aber sie gehen davon aus, dass sie, Achtung, weniger, weniger stark zurückgeht. Also etwas stabiler bleibt. Was wiederum dazu führt, dass die Wahrscheinlichkeit einer Rezession von Makroökonomen, die noch im März 2023 für die nächsten 12 Monate auf 67% lag, mittlerweile auf 40% gefallen ist. Und deswegen steigen aktuell weiterhin Aktien, was wiederum dazu führt, dass im Grunde genommen der S&P 500 schon das Ziel von fast allen Analysehäusern in den USA erreicht hat. Und sehr viele schon anfangen, ihre Ziele nach oben anzupassen. Goldman Sachs hat es bereits gemacht, UBS hat es bereits gemacht, Bargnis hat es bereits gemacht und Pipeless Handler hat jetzt zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate das Ziel nach oben angepasst und liegt mittlerweile bei 5,2. Das heißt, die Ziele von 5,000, die für den S&P 500 bis Ende 2024 erwartet wurden, sind jetzt schon bei 5,4 und 5,5 gelandet. Und der Analyst von Pipeless Handler, der das angepasst hat, sagt, ich mache meinen Job seit 20 Jahren. Es ist mir jetzt einmal passiert, dass ich innerhalb von weniger Wochen zweimal die Zielsetzung anpasse. Summa summarum haben wir also einen Aktienmarkt, der aus meiner Sicht kurz- und mittelfristig überkauft ist, aber was interessiert den Bullenmarkt? Ein überkaufter Markt, der kann noch sehr lange überkauft bleiben. Gleichzeitig haben wir Apple und Google, die ein Pullback gemacht haben. Jetzt würde ich gerne einmal mit euch auf die Zahlen von Apple schauen, denn da haben wir gesehen, dass die Zahlen weitestgehend in den Erwartungen lagen, aber das Problem war, dass Apple selbst gesagt hat, dass sie für das erste Quartal im Jahr 2024 ein geringeres Wachstum erwarten, vor allen Dingen in China, was dazu geführt hat, dass der Markt verschnupft auf die Zahlen reagiert hat. Und im Moment gibt es wenig Hoffnung dafür, dass die Zahlen von Apple kurzfristig besser werden können. Bei den Macs ist es so, dass es einen Sättigungseffekt gibt, die iPhones sind nicht besonders gut gefragt und entsprechend gehen auch die Services nicht mehr so stark nach oben. Zuletzt vor dem Pullback war dann auch noch Apple, was die KGV-Bewertung angeht, im historischen Vergleich wirklich teuer. Also 1 bis 1,5 Standardabweichung oberhalb des eigentlichen Durchschnitts. Mittlerweile ist Apple am Durchschnitt angekommen, was das KGV der letzten zwei Jahre angeht, aber auch was das KGV der letzten fünf Jahre angeht. Das ist so im Bereich von 2024, 2025. Obacht, 2024, 2025 mit einem anderen Wachstum, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, bedeutet, KGV könnte immer noch etwas zu hoch sein. Dazu kommen diverse Klagen und Probleme. Nehmen Sie zum Beispiel in Europa mit Spotify. Da geht es darum, dass Spotify sich darüber beklagt hat, dass im App Store sie nicht anzeigen konnten, dass man Spotify, wenn man es direkt buchgünstiger haben kann. Oder es geht immer noch um die Monopolstellung, die Apple Google gibt und sehr viel Geld dafür kassiert, dass es die Suchmaschine Nummer 1 ist und dass Apple grundsätzlich mit seinem App Store zu groß geworden ist. All das drückt auch noch auf den möglichen Kurs. Wir gucken uns das gleich technisch an und schauen, ab wann wäre denn Apple technisch interessant und vielleicht die Aktie günstig. Ich persönlich, solange es in China nicht zu einer wirtschaftlichen Erholung kommt, muss sagen, so langfristig bei der aktuellen Bewertung Apple, glaube ich, gibt es interessantere Werte, zumindest für die nächsten 6 bis 12 Monate gerechnet auf dem aktuellen Kurs. Was Google wiederum angeht, da muss man sagen, auch die Zahlen lagen in den Erwartungen, auch wenn der Gewinn um 56% gestiegen ist und der Umsatz um 13% gestiegen ist, ist es so, dass Microsoft, Meta, Nvidia besonders stark davon profitieren, dass die KI-Story bei ihnen läuft. Im Moment ist es so, dass Google zwar sehr stark daran arbeitet, aber noch nicht mithilfe der KI oder direkt durch KI die Umsätze massiv steigern kann. Es ist sogar so, dass Google zuletzt durch die Software, womit man Bilder generieren konnte, in Probleme gekommen ist. Da hat der CEO gesagt, ja, das ist ein Problem. Manche Menschen fühlen sich dadurch beleidigt und deswegen wurde das auch wieder eingestampft. Übrigens, halt nichts Inhaltliches, kleine private Story. Ich habe mal ChatGPT darum gebeten, dass er ein Bild erstellt mit meinem Grabstein. So, ich habe gesagt, das ist der Name. Ich weiß, dass er den Namen nicht schreiben kann und dass er Zahlen nicht schreiben kann. Ich habe geschrieben, hier Geburtsdatum, Todesdatum. Und mal gucken, was er macht. So, jetzt ist das eigentlich rassistisch. Da kam mein Grabstein und wisst ihr, was da drauf zu sehen war? Ein Mullah. Und es waren arabische Schriftzeichen, obwohl ich in einer normalen Sprache geschrieben habe. Da habe ich ihm auch geschrieben, du bist ein totaler Rassist. Da hat natürlich ChatGPT sich total entschuldigt und so weiter. Nicht, weil ich das jetzt, das juckt mich nicht. Ich wollte nur wissen, wie ChatGPT reagiert. Ich glaube, ich könnte damit auch einen Shitstorm bezeugen. Was meint ihr? Sei es drum. Auch Alphabet hat Klagen am Hals, Springer Verlag und Shipstead, aber ein halbes Dutzend weitere Verlage verklagen Google auf knapp eine Milliarde, weil es nämlich auch von dem europäischen Wettbewerb eine Klage gegen Google gibt, dass sie mit ihrer Monopolstellung und die Art und Weise, wie Anzeigen geschaltet werden, andere benachteiligen. Die beiden Kumpels, Apple und Google, haben im Moment echte Probleme, was ihre rechtliche Situation angeht und was die rechtlichen Streitigkeiten gibt. Und es fehlt im Moment so die Fantasie. Nichtsdestotrotz, Treiber des Nasdaq bleiben die Magnificent Six, meinetwegen Seven, denn zum Beispiel im ersten Quartal haben Analysten damit gerechnet, dass die Gewinne der Magnificent Seven um 45% steigen, die sind aber um 59% gestiegen und man geht davon aus, dass diese Story auch im Jahr 2024 anhalten wird. Und deswegen, auch wenn die Story noch nicht passt, vielleicht könnte es ja irgendwann mal technisch und auch bewertungstechnisch interessant werden. Wenn wir uns charttechnisch die Apple-Aktie anschauen und ich erspare euch jetzt viel zu weit zurück zu gehen, sondern nur von den Dezember-Tiefs 23 hat Apple in der Spitze, das wird hier bei uns in der Chartsoftware angezeigt, ein Pullback gemacht von den Hochs, vom Tief zum Hoch, ein Detracement gemacht von 27%. Wenn wir jetzt etwas näher ranzoomen, dann sehen wir, Startpunkt der Rallye ist gewesen im Bereich von 120. Hochpunkt ist 200, auch eine psychologische Marke. Seit August 23 befindet sich, Verzeihung, Dezember 22, ich habe etwas Falsches gesagt. Seit Juli 23 befindet sich Apple in einer Range, Oberkante 200, Unterkante 170. Relativ einfach und klar zu sehen. Dazu sehen wir, dass Apple hier die 200-Tage-Linie verteidigt, hier die 200-Tage-Linie verteidigt, hier sie verteidigt, verteidigt, verteidigt. Es scheint, als sei die 183 jetzt eine technische Widerstandsmarke geworden. Innerhalb dieser Range sieht man, finde ich, relativ gut, dass es hier eine Unterstützung gegeben hat. Und für den Fall, dass ihr das noch nicht wisst, diese Chartsoftware, nennt sich Enfin, die hat mein Unternehmen entwickelt, die wird es ab März käuflich zu erwerben geben und der Clou an der ganzen Geschichte ist, diese ganze technische Analyse ist automatisiert. Jetzt lese ich immer wieder in den Kommentaren, das kann ich mir in den Metatrader programmieren. Denn, also Tradingview hat es nicht, Pro Healtime hat es nicht, Stock 3 hat es nicht und selbst Finviz, die zumindest horizontale Linien und Kanäle zeichnen, haben es nicht, bei weitem nicht in dieser Qualität. Es ist eine absolute Weltneuheit. Wenn wir jetzt sagen, okay, 166 ist eine starke Unterstützungszone, dann sehen wir darunter offene Lücken und die nächste starke Unterstützung ist bei 155. Obacht! Dann würde aber auch die Apple-Aktie ein Pullback vom Allzeithoch gemacht haben von immerhin 22%. Mir persönlich fehlt die Fantasie, dass die Apple-Aktie einfach so ein Pullback von 22% macht. Das wäre aber aus meiner Sicht, nochmal Oberkante 165, Unterkante 155, eine mittelfristige Unterstützung. Bitte verwechselt das nicht, nur nochmal einmal zum Gesehenhaben. Also, das war ehemaliges Allzeithoch im Januar 22, als ich gesagt habe, verkauft ihr nachher. Damals sollte ich nicht richtig liegen. Da haben wir ein Pullback gesehen von immerhin 33%. Dann ist Apple auch wirklich auf eine sehr starke Unterstützungszone gekommen und deswegen sage ich, das wäre eine mittelfristige Zone. Wenn wir jetzt nochmal in die kleinere Zeiteinheit gehen, tatsächlich wollte ich euch, habe ich mir überlegt gehabt, wollte ich gerne euch diese Unterstützung zeigen und sagen, wenn diese Unterstützung bärisch aufgelöst wird, dann ist das erste Ziel hier im Bereich von 175. Warum? Weil es hier einen Kanal gibt. Widerstand, 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 Unterstützung. Diese Linie ist eine kopierte und damit schwache Linie. Wichtig ist, aus Sicht der Bären gesprochen, dass als erstes diese 180 nachhaltig hält. Das heißt, der kann da auch mal drüber kommen etc., aber nicht nachhaltig über die 180 geht und dann sind die genannten Ziele nach unten aktiviert. Das wäre für mich eine mittelfristige Zone. Ohne Nachrichten, ohne eine Änderung der fundamentalen Daten, sondern nur, wenn Apple mit dem Gesamtmarkt nach oben geschoben wird, ohne dass sich Anzeichen dafür mehren, dass die Apple-Aktie bessere Zahlen bringen kann, ist natürlich die 200 eine extrem starke Widerstandsmarke. Wenn wir uns, das ist so herrlich, ich stelle mir jedes Mal diesen Monitor hin, damit ich mir hier das angucken kann und dann vergesse ich es aber, dass ich es hier auch sehen kann. Herrlich. So, Google hat mittlerweile auch ein Pullback von immerhin 10% gemacht. Nochmals, bitte nicht verwechseln mit dem Pullback, was Google gemacht hat seinerzeit. Da waren es, glaube ich, fast 40% gewesen. Ja, 44% sogar. Wir sprechen von einem kleineren Pullback. So, auch bei Google spielt die 200-Tage-Linie eine wichtige Rolle, nur, dass Google hier die 200-Tage-Linie verteidigt oder erobert, so muss ich sagen, hier erobert, hier verteidigt und seitdem nicht berührt hat. Also, ich merke mir, 132 ist eine gleitende Durchschnittslinie. Okay. Eine No-Brainer-Zone ist horizontal 120, 115, offene Lücke 110 und die Unterkante ist 110, 107. Das heißt, diese Zone ist eine sehr, sehr starke Unterstützungszone und für den Fall, dass Google ein Pullback hier hin macht und mit dem Wissen, dass die Aktie jetzt schon durchschnittlich bewertet ist, wäre das tatsächlich eine starke Unterstützungszone. Horizontal, offene Lücke und wenn man sich diesen Anstieg vom Tief zum Hoch anschaut und das automatisierte FIP sich ansieht, dann ist bei 110 auch noch das 61er Fibonacci Retracement. Nochmals, es fehlt mir der Glaube, dass in dem aktuellen Umfeld der Markt da hinkommen möchte, nur bei einem größeren Pullback des Gesamtmarktes. Könnte das der Fall sein. Wenn wir uns das einmal in einer kleineren Zeiteinheit im 4-Stunden-Chart anschauen, diese Zone, die beginnt, wenn ihr so wollt, auch schon bei 128. Ich persönlich würde diese untergeordnete Zone nicht kaufen, sondern ich würde mich für 120 bis 110 interessieren wollen. Auf der Oberseite bleibt es dabei, aufgrund der Tatsache, dass die Fantasie bei Google fehlt und dass es diverse mögliche regulatorische Rechtsstreitigkeiten gibt, wäre im Moment die Stärke in Richtung Allzeithoch eine sehr, sehr starke Widerstandszone. Zusammengefasst. Klar kann man Nvidia kaufen, aber wisst ihr was? Das ist eine einzige Fahnenstange und natürlich kann die Fahnenstange auch weitergehen, aber nach dieser unglaublichen Rallye tue ich mich schwer, in die sehr gut laufenden Werte zu gehen und wenn wir davon ausgehen, dass die Gewinne gerade bei den Magnificent Seven stark sind, dann ist es so, dass man nicht in der Erwartung, dass es auf jeden Fall passieren muss und wird, sondern für den Fall, dass sich diese Zone bei Google merkt 120 bis 110 und bei Apple sich die Zone merkt 165 bis 156, Oberkante, Unterkante. Alles andere ist erstmal Trading Rage, alles was nach oben läuft, läuft in eine Widerstandszone. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.